Mein Name ist Ronald Steinberg. Wir sind hier dem Hörstudio Steinberg in Böhnen und wir beschäftigen uns rund ums Hören. Bei uns ist jede Beratung persönlich, ihre Bedürfnisse werden berücksichtigt und wir nehmen uns für sie Zeit. Unsere Anpassungen werden mithilfe modernster Messverfahren überprüft. Zu uns kann jeder kommen, der schwerhörig ist, Schwierigkeiten hat in der Gesellschaft zu verstehen, um hier eine Verbesserung mit Hörgeräten zu erzielen. Bei uns bieten wir Ihnen alles, von der individuellen Beratung bis zum maßangefertigten Hörsystem. Wir freuen uns auf Sie! Tschüss! Musik Musik